hallo leute unser nächstes video programmieren steht vor der tür der song geht raus an alle leute die dieses jahr so gelitten haben anprogrammieren und an alle die jetzt gerade zu hause sitzen und sich fragen also ging ich diese seite lang und die seite führte zu dir den code den du gestern geschrieben hast kopierte ich so zu mir nur ein paar fehler und dann war sie da diese karte auf meinem bild diese karte wird nicht die letzte sein bestimmt nicht diese karte ist noch gelb eine rote könnte die nächste sein doch auch das kriegt uns nicht klein oder auch nicht es war nur ein kleines aus Versehen und der fehler war schon da ein seligolon war am falschen platz und dann wurde es mir klar diese karte wird nicht die letzte sein diese karte ist noch gelb eine rote könnte die nächste sein bestimmt auch noch das kriegt uns nicht klein der loros sagt es nicht der friedmann weiß es nicht und ich selber kommt gar nicht klar die prüfung pack ich nicht kopieren kann ich nicht also sehen wir uns nächstes jahr diese prüfung wird nicht die letzte sein diese prüfung wird nicht die letzte sein diese prüfung wird nicht die letzte sein diese prüfung wird viel zu schwer denn mein spielge mir wirklich zu regeln wie Er ist zu lehr